herzlich willkommen zu einer runde masterbuilders ein plex einen drachen bei mir hat das wird schon interessant und extrem hässlich bei mir ich weiß nicht ein grand achten vielleicht das noch keine ahnung da bin gespannt was daraus wird ja ich wollte nur mal das braucht ja ich wollte mal fragen woran das auch liegen könnte weil weil ich habe ja jetzt neuere videos oder ältere videos und die älteren haben nach viel kürzerer zeit bessere aufrufe sondern bekommen und schnell schneller halter aufrufe bekommen da wollte ich einfach fragen ob sich der wer auskennen und mir auch sagen könnte warum das überhaupt würde mich mal freuen aber ist ja eigentlich egal ich habe jetzt vor kurzem auch gesehen ich habe einen abonnenten diesen fall einmal dank an den war extrem unerwartet da kommt er ein video dann davon werdet ihr dann schon hören wie unerwartet war es einfach sich auf einmal einen abonnenten habe kann ich gar nicht realisiert geschadter finde ich aber toll so schnell eigentlich so der drache der ist hässlich drei minuten der wird nicht fertig shit ich bin zu viel vorgenommen jetzt brauche ich wieder von oben zu am besten so am besten habe ich das irgendwie gemacht ich habe keine ahnung shit shit das wird nix das wird nix das war das war falsch so ein wenig bauche kalt wird sollte er werden hu 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 so vielleicht shit 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 immer nervös scheiß drache egal egal mache ich halt damals so dann noch schnelle fresse schnell drauf eine wunderschöne mal noch damals noch der wird nicht schon der wird nicht schon das sehe ich schon eine minute nur noch ich bin gespannt was ich werde ich ablose shit egal muss ja nur unterhalten sein bin ich richtig gespannt und statt dem das und statt dem das wünsche ich nun wenig das sieht schlimm aus mit dem ganzen grad das ist doch ein drache kommen das ist nicht fertig meiner hat wenigstens ein gesicht ja hässlich tut mir leid ja das ist ja wunderschön der wird auch in die luft fliegen ja nicht mal failure nicht mal das was soll ich kann da leider nicht erkennen darin das ist jetzt habe ich mich geschreckt es hat sich gezittert das schaut geil aus na gut das riecht das schaut schon geil aus aber halt auf die schnelle halt aber geil sag ich mal besser als meins gefällt mir nicht ja nicht schon gute chancen alles in die luft fliegt wir haben wird wir haben nur so viel da drin ja auch klar dass der gewinnt da war richtig da ja und ich zweiter verdient ich würde auch interessieren kann man auch so dichter dann ich glaube gefassen die zu bewegt bewegliche bilder sind das kann man die auch als so nicht youtube profil bild nehmen sondern so als hintergrund das würde mich auch interessieren naja 16 sekunden noch gespannt der drach einfach richtig hässlich das müssen wir den bauern bin ich gespannt gift geschenk hier wieder gut zu weihnachten passen da kommen jetzt wieder die standard geschenke her lang warte an 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 was ich auch vorhin gesagt habe mich würde es mal interessieren ob man so gift dann auch als youtube hintergrund zu nehmen kann weil bei einem youtube habe ich das gesehen ich glaube zum bei war das der der den mob star den von ihm ding kommt so glaube ich heißt er als so beweglich gemacht würde ich würde mich mal interessieren weil hatte ich schon hätte ich schon eine geile idee für weihnachten wir gleich beim thema geschenke sind ich muss schneller bauen ich bin hierbei extrem gespannt was aus der anderen bauen weil manche sind hier ja auch deutscher und österreicher und schweizer die deutsch können vielleicht in der runde und die bauten wachsenen gift trank das wäre es sowieso das beste englisch gift gleich geschenk ich wollte das gegenteil auch noch weg was ihr auch ich meine so was ich kann in was ich bin ich bin ich bin so vielleicht so ja so jetzt noch so ein hellgrünes geschenk nebenbei klatschen hoch so gut zu einem geburtstag passen ganzer geburtst 1,6 minuten noch ich will das noch drei hoch machen jetzt richtig am arsch so 1 2 3 4 5 6 7 länder mit daher das geht sich schon aus irgendwie den boden dann noch ändern zu holz ist ja nicht so schlimm naja die schnur nicht mehr sparen so jetzt noch schnell den boden zu holz einfach so ja das passt schon nee 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 war egal was ja gott ist dann kein loch gelassen war geschenkt ich sehe nichts nee ist man schon schöner ist man schon schöner it's okay man ist schon schön ja da wird mich mal interessieren was der anderen wieder gebaut haben ja da es war im amazing der definitiv noch irgendwas reinbauen können so was holt so dass so eine schachtel die so herausrag ist ja toll und das ist aber da ist ja ein loch von sich ein verein von das 1 von 6 das gefilmt jetzt habe ich letztens gar nicht gar nicht gewohnt hat war das gefilmt nicht hat sich irgend so ein zweijähriger gebaut tut mir leid der es gebaut hat rosalina rosaline 2010 2010 ist die fünf oder so kann sein das gefilmt ist okay schau ich mal wer das ist mittelmäßig was so gut haben sie jetzt auch nicht gebaut zweit mal passt besser versucht ja gefällt mir nicht aber keiner hat sich verdauen da ist auch nicht fertig gefällt mir wirklich nie besser gewesen ein weihnachtsbaum und geschenkt und das ist das ist lieb aber es geht eigentlich ums geschenk und da wurde nicht so viel mühe gegeben würde ich in einer minute hin klatschen ich denke ja habe ich ja gesagt gift denn deutsch ist dabei und der hat einfach gleich ein gift gefällt mir nicht weil er denkt das so rundherum gebaut und das das mag ich nicht so da war ich habe mich wirklich gefragt wenn ich mal ein sagen plädieren was sind das für ein geschenkter schaue das wir ein kuchen mit so marmelade drauf sind zum martin ein muffin mit so marmelade drauf ich habe noch nie eine muffin mit formelade gegessen kauf tut mir leid das könnte ich mal machen das habe ich aber jetzt nicht so gut gefunden nur wegen dem baum die bäume die wurden ja auch eingefügt oder die spanne eingefügt wurden egal ich habe euch hat die folge gefallen ich würde mich bei einer bewertung freuen das ist eine ganz gute und die musik wird immer lauter ich muss lauter werden und hiermit auch vielleicht einen kommentar und das video schreiben aber da lassen und mich hat's gefreut euch hat's gefreut hoffe ich zumindest und wir sehen uns beim nächsten mal